Guten Abend, ich begrüße Sie zu Talk 1. Es gibt weitere Corona-Fälle in Wien. Ein Ehepaar wurde positiv getestet. Die zwei Kinder zeigen ebenfalls Krankheitssymptome. In den nächsten 40 Minuten wollen wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Fragen geben, die es nach wie vor zum Coronavirus gibt. Das sehen wir auch in unseren Online-Fahren. Sie können da natürlich mitreden auf debatte.orf.at. Bevor wir gleich hier im Studio loslegen, geben wir Ihnen noch einen kurzen Überblick über die letzten Stunden. Ein 72-jähriger Mann, der zuerst zehn Tage mit klassischen Grippesymptomen in einem Spital behandelt wurde, ist heute ins Kaiser Franz Josef Spital überstellt worden. Er ist der erste offizielle Corona-Fall in Wien. Seine Erkrankung ist sehr schwer, Stufe 3 von 4. Wie er sich angesteckt hat, ist noch nicht hundertprozentig klar. Er hat aber offenbar Kontakt mit Personen aus Italien gehabt, heißt es vor kurzem. Am Abend wurde bekannt, dass auch ein Ehepaar positiv auf Corona getestet wurde. Die zwei Kinder zeigen ebenfalls Symptome. Die Familie war in der Lombardei unterwegs. Damit gibt es in Österreich mit den zwei Fällen in Tirol fünf bestätigte Krankheitsfälle in ganz Österreich. Ja, vielen Dank an Sie alle fürs Kommen. Herr Bauer, ich würde gleich mit Ihnen gerne beginnen. Sie sind der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Wir haben zwei bestätigte Fälle in Tirol und drei bestätigte Fälle in Wien. Großer Ballungsraum. Was heißt denn das jetzt für Wien, dass das Corona-Virus tatsächlich nach Wien gekommen ist? Das heißt offensichtlich, für das Bundesheer heißt das jetzt einmal grundsätzlich noch nichts. Man muss dazu sagen und wissen, dass das Bundesheer kein Ersthelfer ist. Das heißt, das Bundesheer kommt dann zum Einsatz, wenn andere nicht mehr helfen können. Was uns vielleicht auch von anderen, von vielen anderen Einsatzorganisationen unterscheidet, ist, wir haben einen sehr langen Atem. Wir haben eine gewisse Vorlaufzeit und dann haben wir einen langen Atem und können mögliche Einsätze über Wochen und vielleicht auch über Monate führen. Wir haben ja jetzt seit 2015 zum Beispiel einen Assistenzeinsatz an der Staatsgrenze. Der läuft bereits das fünfte Jahr. Und ein Einsatz des Bundesheers kann immer nur auf Anforderung entweder des Bürgermeisters oder des Landeshauptmannes oder der Bundesregierung erfolgen. Aber gibt es da irgendeine Grenze, wo gesagt wird, so jetzt brauchen wir das Bundesheer? Ja, letztlich dann, wenn die zivilen Einsatzorganisationen, die Länder, auch der Bund feststellt, alle zivilen Kräfte sind ausgespielt, dann würde das Bundesheer zum Einsatz kommen und kann also alle Experten, die das Bundesheer zur Verfügung hat, das beginnt also bei ABC-Kräften, geht weiter zu pionieren. Wir haben einen strategischen Transportraum, wir haben mehrere Dutzend Hubschrauber und endet dann irgendwo bei 12.500 Soldaten, die wir immer einsatzbereit haben. Frau Stickler, Sie sind von der Katastrophenhilfe vom Roten Kreuz. Der 72-jährige Mann, der an Corona erkrankt ist und in einem Krankenhaus in Wien liegt, da wird gerade kritisiert, dass er schon zehn Tage im Krankenhaus war und nicht auf Corona untersucht wurde. Würde es denn Sinn machen, alle Menschen, die in Krankenhäusern liegen, mit grippeähnlichen Symptomen auf Corona zu testen? Das würde wahrscheinlich keinen Sinn machen. Das Ergebnis des Tests hat keinen Einfluss auf die Behandlung der Patienten. Es ist in der Behandlung der Patienten egal, ob das ein Influenzavirus ist oder ein Coronavirus ist. Die Behandlung erfolgt symptomatisch. Das heißt, das, was der Patient zeigt, wird versucht zu behandeln und besser zu machen. Und da ist dann die Ursache eigentlich egal. Aber man wüsste, dass es einen Infizierten gibt und man könnte die Ansteckung vielleicht ein bisschen eindämmen. Natürlich. Also das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, zu versuchen, die Verbreitung dieses Virus ein bisschen einzutämmen, weil gerade in einem Ballungsraum wie Wien mit sehr vielen Menschen, die sehr viel engen Kontakt haben, sich das Virus sehr rasch ausbreiten kann. Herr Gartliner, Sie arbeiten für die WHO und Sie bereiten gesichertes Wissen zum Thema Corona auf für die WHO. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die aktuelle Lage in Österreich? Die aktuelle Lage in Österreich ist wahrscheinlich so, wie die Lage international, dass die ganze Coronavirus-Epidemie ein wesentliches Charakteristikum ist, dass wir sehr viel noch nicht wissen. Wir wissen nicht, wie lange ist die Inkubationszeit, wie infektiös ist das Virus, wie können wir uns am besten schützen. Und trotzdem müssen Entscheidungen getroffen werden, in Österreich international. Und da kommen dann wir auch ins Spiel, indem wir versuchen, gesicherte Informationen aufzubereiten, methodisch zu prüfen und der WHO oder auch anderen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, in Österreich muss man sagen, ist noch keine Epidemie. Wir haben jetzt fünf Fälle, aber das ist noch keine Epidemie. Und es kann in verschiedene Richtungen weitergehen. Wie es weitergehen könnte, können Sie uns vielleicht beantworten. Herr Popper, Sie erstellen an der TU Wien mit mehreren Partnern Prognosemodelle, die zeigen, wie sich das Virus weiterentwickeln könnte. Und Sie haben zum Beispiel gesagt, wir müssen damit rechnen, Anfang März könnte es einen Fall im Ballungsraum Wien geben. Also damit sind Sie richtig gelegen. Was heißt denn das jetzt? Wir haben drei Fälle in Wien. Was heißt das denn für die Weiterentwicklung des Virus? Also das eine ist, dass man könnte da anschließen, der Kollege hat gerade gesagt, wir wissen noch nicht sehr viel. Das Schöne ist, dank Experten wie dem Kollegen Gartliner wissen wir jeden Tag mehr. Und ich glaube, das ist die positive Nachricht. Es ist international extrem viel, was da passiert, was wir jeden Tag mehr wissen. Und diese Informationen stecken wir in unsere Prognosemodelle. Und die zeigen uns, und das ist dann sozusagen ein bisschen die schlechte Nachricht, dass unsere Ergebnisse von den Simulationsmodellen zeigen, dass wir relativ stark davon ausgehen müssen, dass es jetzt wirklich auch zu einer Ausbreitung in Österreich kommt, vor allem in Ballungszentren. Also da würden wir schon sehr falsch liegen, wenn wir da jetzt nicht damit rechnen müssen, dass das passieren wird. Sie haben uns ein Modell mitgenommen, das davon ausgeht, es gibt Fälle in Wien, da können wir uns jetzt anschauen, wie das weitergehen würde mit dem Virus. Ja, also wir sehen das jetzt hier. Man muss immer sagen, das ist ein Netzwerkmodell. Das heißt, wir schauen uns hier immer an, was passiert, wenn eben ein Fall, wie in dem Fall über Innsbruck reinkommt. Und wir sehen hier diese aufblitzenden Strecken. Das sind dann diese Kontakte, die wir annehmen. Die fußen natürlich auch auf Daten und Informationen. Und hier sehen wir dann links oben so einen typischen Krankheitsverlauf. Und hier muss man aber gleich dazu sagen, diese Absolutzahl, die hier steht, das ist keine Prognose, die wir haben, sondern das sind eben Fälle, wo wir sagen, wenn wir neue Informationen haben, die eben zum Beispiel von der Donau und Krems kommen, die von der Johns Hopkins Universität kommen, die von vielen Partnern und vielen Forschern auf der Welt kommen, die geben wir da rein und dann versuchen wir eine Range zu machen. Und das, was unsere Modelle aber leisten, ist, einerseits zu verstehen, es hilft sehr viel, wenn man zum Beispiel sich einfach die Hände wäscht, wenn man Menschenmengen meidet, dann sehen wir in dem Modell, dann haben wir gleich um sehr, sehr viel Zehntausende weniger. Das können wir jetzt nicht alles herzeigen. Aber das sieht man an diesem Modell, wenn man es sich anschaut. Also wenn man ganz grundlegende Dinge macht und da muss man jetzt noch nicht über Quarantäne reden, auch das muss eine Option sein. Aber wir sehen, dass ganz, ganz viele Effekte ganz starke positive Auswirkungen haben. Und das Wichtige ist jetzt, dass wir schauen, wenn es denn zu einer Ausbreitung kommt, dass wir möglichst schauen, dass es lange dauert. Stichwort ist, es passiert sehr viel, es wird sehr viele positive Dinge geben. Es wird Therapien geben, es wird irgendwann eine Impfung geben. Je länger wir sozusagen rauszögern können, umso besser. Und wir müssen schauen, dass diese Peaks, dass also die Ausschläge möglichst niedrig bleiben. Stichwort ist, haben wir genug Krankenhäuser, haben wir genug Betten? Und hier kann man sich auch anschauen, mit der hintergelegten Infrastruktur, die in unserem Modell auch abgebildet ist. Geht sich das gut aus? Oder müssen wir zum Beispiel dann, oder müsste das Gesundheitssystem sagen, hey, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Bundesheer oder wie auch immer die Strukturen dann auch sind, wir brauchen hier Unterstützung, weil wir sehen, jetzt könnte es in eine Richtung gehen, wo wir möglicherweise Ressourcenengpässe bekommen. Wie schaut denn das in Österreich aus? Sind wir gut vorbereitet auf eine Epidemie? Also ich glaube, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Wir sind ja letztlich ein hochentwickelter Staat mitten in Europa. Und ich denke, dass das System, so wie es in Österreich ist, die zivilen Organisationen, die letztlich ihr Tagesgeschäft machen. Und dann gibt es das Backup, so wie ich bereits erwähnt habe, das Bundesheer, das letztlich dann eingreifen kann, wenn klar ist, alle zivilen Organisationen sind ausgespielt, sind am Limit, sind am Ende ihrer Kräfte. Dann gibt es noch immer das Backup, das Bundesheer. Aber was passiert denn da? Gerade zum Beispiel Einlagerungen, Medikamente. Passiert da schon was im Hintergrund? Ja, das ist aber auch keine Aufgabe des Bundesheers. Das ist eine Aufgabe des Gesundheitsministeriums. Das passiert dort natürlich. Wir sind sozusagen dann die letzte Reserve. Eine Aufgabe des Bundesheeres ist aber zum Beispiel, Ortschaften abzuregeln. Ab wann wird eine Ortschaft, wie wir es zum Beispiel in Italien gesehen haben, abgeriegelt? Also da muss man auch wieder den Weg erklären. Der Weg ist so, dass die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und Sicherheit, und das wäre so etwas, was Sie jetzt angesprochen haben, Teil unserer Verfassung ist. Dem Bundesheer sind in der Bundesverfassung vier Aufgaben zugeordnet. Und eine dieser Aufgabe ist die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und Sicherheit, zum Beispiel in Form abregelnden einer Ortschaft. Aber auch diese Aufgabe, und das ist sehr wichtig festzustellen, ist keine Aufgabe, die das Bundesheer von sich aus machen darf, sondern nur auf Anforderung des Innenministeriums. Das heißt, der Weg wäre so, dass wenn eine Ortschaft abzuregen ist, das Aufgabe der Polizei ist, so ist es im Gesetz vorgesehen. Und wenn die Polizei aufgrund der Kapazitäten am Ende ist und sagt, wir können das nicht mehr, das ist technisch und personell nicht mehr möglich, dann wäre ein sogenannter Assistenzeinsatz möglich. Genau das gleiche hatten wir 2015. Deshalb stehen jetzt ungefähr knapp 900 Soldaten des Bundesheers an der Staatsgrenze. Also wenn die Polizei am Limit ist, dann kann das Bundesheer zum Einsatz kommen. Aber wie weit können denn diese staatlichen Maßnahmen gehen? Darf man alles machen? Ja, alles das, was im Gesetz geregelt ist. Ich denke, der Herr Bundespräsident hat das, glaube ich, gesagt, dass unsere Verfassung sehr schön ist. Und ich glaube, ich kann also jetzt vor allem für die Aufgaben des Bundesheers sprechen, da die Verfassung wirklich sehr, sehr ausgereift ist und letztlich für alle diese Eventualitäten Vorsorge getroffen hat, auch wenn, wie die Verfassung gemacht wurde vor fast 100 Jahren, noch nicht klar ist, wofür sie dann genau genommen wird. Okay, also da wissen wir jetzt einfach noch nichts genaues, wie das dann wirklich ablaufen würde im Fall der Fälle mit Abriegelungen. Es gibt ein User-Zitat, da schreibt jemand, es gab ja schon Epidemien. Was ist denn diesmal anders? Warum gibt es Quarantänemaßnahmen? Was wird uns denn da verschwiegen? Herr Gardner, erstens wird was verschwiegen und warum sind diese Maßnahmen notwendig? Also ich kenne auch nicht alle Daten, aber ich glaube jetzt mal nicht, dass etwas verschwiegen wird. Dass was anders ist, wahrscheinlich ist, dass es etwas Unbekanntes ist. Coronavirus ist neu aufgetreten, gibt es jetzt seit etwa zwei Monaten und Unbekanntes macht immer Angst und die Art und Weise, wie unser Gehirn mit Bedrohungen, mit Risiken umgeht, ist einfach so, dass wir immer versuchen im Hintergrund Vergleichbares zu finden und deswegen nehmen wir die jährliche Grippeepidemie auch nicht sehr ernst, weil wir Vorerfahrungen haben und plötzlich kommt aber etwas Neues auf uns zu in Form des Coronavirus und dadurch reagieren wir sehr ängstlicher und verunsichert. Frau Stickler, Sie arbeiten in der Krisenintervention ja sehr viel mit verängstigten Menschen. Woher kommt denn das, dass wir wirklich oder dass die Gesellschaft so verunsichert ist, so große Angst hat vor dem Coronavirus? Ja, wie es der Kollege schon gesagt hat, das ist etwas Unbekanntes. Also man kann das Virus ja nicht erkennen. Es ist der unsichtbare Feind. Wir sind schlecht darauf vorbereitet, nämlich persönlich schlecht darauf vorbereitet, so wie die Grippe, die für uns selbstverständlich ist. Beim Coronavirus ist jetzt plötzlich alles anders. Es gibt viele Informationen, viele Unsicherheiten auch in der Bevölkerung. Welchen Informationen kann ich trauen? Das ist auch ein großer Punkt. Wo sind gesicherte Informationen da? Und diese, alle diese Dinge spielen zusammen und das macht Angst. Aber ist die Angst angebracht? Ich glaube, wenn man die Fakten betrachtet, ist die Angst derzeit nicht wirklich angebracht. Wir wissen schon doch schon einiges jetzt von den Zahlen, die aus China kommen. Coronavirus dürfte ein bisschen infektiöser sein als die die saisonale Grippe. Bei der Sterblichkeit sind die Zahlen noch relativ breit, aber viele Zahlen außerhalb von China deuten darauf hin, dass die Sterblichkeit eigentlich nicht sehr viel höher ist als bei der bei der saisonalen Grippe. Tatsächlich? Weil der Leiter des Robert-Koch-Instituts sagt ja heute, die Sterblichkeit ist höher. Also ich schätze die Kollegen sehr, aber da haben wir uns beide schon im Vorfeld massiv geärgert, kann man glaube ich durchaus sagen. Okay. Also das kann man glaube ich relativ einfach erklären. Also die Sterblichkeit passiert durch Kranke, durch Tote. So. Jetzt ist es so, dass wir alle glaube ich verstehen können, dass in der Provinz Hubei nicht alle Kranken gezählt werden. So und jetzt kann man das, und da sind wir uns nicht so ganz einig, also man kann sozusagen jetzt diese beiden Zahlen nehmen und ein Ergebnis rausbekommen und das kann ich dann der Öffentlichkeit sagen. Das ist aber in meinen Augen und ich glaube in unserer beiden Augen nicht lauter, weil es werden zu wenig Kranke in dieser Region gezählt. Wenn sie diese Provinz rausnehmen, Punkt eins, kommen sie auf eine Sterblichkeit wie bei der Grippe. Das heißt also größte Hochachtung normalerweise von den Kollegen, über die Kolleginnen und Kollegen beim RKI. In Deutschland aber in dem Fall ist das wirklich in meinen Augen nicht lauter. Und der zweite Punkt ist, und das ist ein spannendes Thema, Sie haben es schon angesprochen, Österreich ist eines der höchst entwickelten Gesundheitssysteme. In der Region Hubei gibt es 110 Notfallbetten. für, ich weiß die Anzahl der Erkrankten jetzt nicht genau, dort ist es nicht so unproblematisch, dass das auftritt, aber das ist sozusagen mit uns nicht vergleichbar. Also ich glaube, wir müssen hier, und das ist auch die Arbeit von den Kollegen eben, die für die WHO arbeiten, unsere Modelle sind nur so gut wie die Informationen, die wir da reinfüllen. Und wir sind jetzt jeden Tag damit alle beschäftigt, solche Informationen, auch wenn sie von durchaus renommierten Kollegen kommen, zu bewerten. Und auch wir können uns natürlich irren. Jeder kann sich im Moment irren. Es ist vieles unsicher. Ich glaube aber, Angst ist nicht angebracht. Ich glaube, das, was angebracht ist, ist Respekt. Aber Respekt sollten wir eigentlich auch haben bei der Grippe. Weil es sterben zwischen 1.500 und 4.000 Leuten im Jahr an der Grippe. Und auch das sind oft Kranke, Vorerkrankte, Schwache. Und eigentlich geht es darum, dass, ich finde das eine wichtige Sache, dass wir für alle Eventualitäten gerüstet sind, auch um Ortschaften abzuriegeln. Aber ich sehe in keinster Weise, dass wir das Gott sei Dank brauchen. Die Verfassung ist schön und es ist geregelt. Aber wir haben auch das, was wir letztes Jahr bei Ibiza gebraucht haben, erst ein einziges Mal gebraucht. Und wir werden es, glaube ich, in dem Fall nicht brauchen. Weil ich glaube, dass wir sehr solidarisch sind. Also gestern wurde eine Schule abgesperrt. War alles friedlich. Es wurde in Innsbruck ein Hotel gesperrt. Es war alles... Da reden wir gleich noch über die Schule, weil Sie haben Ihre Kinder in dieser Schule. Meine beiden Kinder waren in Quarantäne. Ich bin ein Betroffener. Ich möchte es dann gerne noch näher von Ihnen wissen. Ich würde nur gerne zuerst... Wir wollten natürlich wissen, wie reagieren denn die Menschen bei diesem Thema. Und da haben wir uns auf der Straße umgehört. Also ich finde es schon berechtigt, dass man Angst hat. Aber ich glaube, es ist auch ziemlich viel Panikmache. Weil es gibt auch viele andere Krankheiten, wo jetzt nicht so viel Panik gemacht wird. Es kann gefährlich werden. 2,3 Prozent enden tödlich. Und das ist, glaube ich, jetzt kein Wert, wo man sich wirklich Gedanken darum machen muss. Wir meiden Plätze mit vielen Menschen. Masken finde ich tatsächlich eh einen ganz großen Schwachsinn. Ich glaube, Händewaschen beim nach Hause kommen reicht. Und ein bisschen vorsichtig sein. Was ich auch bemerkt habe, ist, dass vielleicht dadurch, dass ich das Herz ein bisschen aussehe, die Leute haben ein bisschen kleine Angst und halten ein bisschen Distanz von mir. Don't panic, ja. Hamsterkäufe finde ich es übertrieben momentan. Ja, also das finde ich schon beängstigend, wenn ich zwei Wochen am Stück zu Hause bleiben müsste und nicht raus kann. Aber ich glaube eben, dass das in Österreich noch etwas dauert. Frau Stiegler, bleiben wir noch bei dieser Angst und der Verunsicherung. Wenn ich jetzt ängstlich bin, was kann ich denn tun, damit diese Angst, die Verunsicherung weggeht? Ich kann versuchen, Informationen zu finden. Gute Informationen. Ich kann mich selber vorbereiten darauf. Ich kann die ganzen Ratschläge, die es gibt, wie eine vernünftige Händehygiene zu machen, das Niesen, das Husten in einen Taschentuch zu machen. Das sind ganz kleine Dinge, die eigentlich jeder machen kann und jeder machen soll. Und völlig unabhängig, ob das jetzt Corona oder Influenzaviren sind. Solange ich mich persönlich darauf vorbereite, kann ich auch mit der Angst dann gut umgehen. Darf ich vielleicht noch kurz einhaken? Bitte gerne, ja. Weil Sie gefragt haben, ich bin ängstlich und wie gehe ich da um damit? Ich habe heute in der Früh kurz durch die Fernsehprogramme gezappt und sehe dann ein Bild eines Supermarktes, der völlig leer ist. Ich war aber selbst gestern einkaufen in einem Supermarkt und voller kann ein Supermarkt nicht sein, als ich den erlebt habe. Das heißt, es gibt offensichtlich beides. Aber in diesem Beitrag hat man nur ein Bild gesehen, nämlich den leeren Supermarkt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin vielleicht ängstlich und ich sehe diese Bilder, was werde ich dann machen? Ich werde in die nächste Straßenbahn oder ins Auto steigen und einkaufen. Also ich glaube, wichtig ist natürlich auch beides zu zeigen, wenn beides da ist. Aber wenn ein Bild gezeigt wird eines leeren Supermarktes, dann entsteht der Eindruck, es ist quasi fünf nach zwölf. Der Eindruck ist aber nicht zutreffend. Wäre es denn vielleicht auch eine Idee, Italien hat jetzt am Abend gemeldet, dass man nur noch klinisch relevante Fälle mit Todesopfern oder Patienten auf Intensivstationen vermeldet an die Medien. Ist das ein Weg, um diese Angst, die Panik zu vermeiden? Das wäre sicher eine gute Idee, jeden Verdachtsfall zu melden. Das macht nur mehr Unsicherheit, die eigentlich nicht angebracht ist. Wenn ich vielleicht noch etwas dazu ausführe. Ganz wichtig ist bei der Krisenkommunikation überhaupt, dass der Bevölkerung niederschwellige, objektive, klare Informationen geboten wird. Und das war am Anfang in Österreich absolut nicht ideal, ist jetzt besser geworden. Die Leute suchen nach Informationen, sind verunsichert und die Leute finden Informationen, die kommt dann aus dem Internet und ist zum Teil dann alarmistisch und nicht ideal. Aber was da sehr interessant ist, das haben Sie ja auch untersucht, wenn man natürlich, man fängt einmal zum Googlen an. Wie ist denn das zum Beispiel bei Google, wenn man jetzt dort Corona eingeht? Welche Meldungen kommen da? Ja, das ist zum ersten Mal. Jetzt hat Google den Algorithmus umgestellt. Also wenn man Corona-Virus eingibt, dann erscheinen wirklich die seriösen Seiten zuerst. WHO, CDC, AGES und dann erst die Bezahlten und die am häufigsten geklickten. Und das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, der auf Druck der WHO erst umgesetzt wurde. Sie beschäftigen sich auch mit Fake News rund um Corona. Was sind denn da so die häufigsten falschen Nachrichten, die man jetzt entkräften könnte für die Zuseherinnen und Zuseher? Ja, die Fake News und Verschwörungstheorien gehen wirklich über das gesamte Spektrum. Das ist von politischen Fake News, dass China das Virus bewusst freigesetzt hat, um endlich in Hongkong aufräumen zu können. Dann gibt es sehr viel an Geschäftemacherei auch. Also es gibt Wundermittel, zum Beispiel das MMS, Miracle Mineral Solution, kostet 30 Euro und soll Corona-Infektionen heilen, beziehungsweise auch denen vorbeugen. Ist im Prinzip nichts anderes als verdünnte Chlorbleiche, kann zu schwersten Leberschäden führen. Und da wird halt mit der Angst der Bevölkerung und mit der Verunsicherung wirklich auf üble Art und Weise Geschäfte gemacht. Herr Popper, kommen wir wieder zurück zu Ihnen, zu dem, was ich zuerst gesagt habe. Sie sind quasi ein Betroffener, weil Ihre Kinder gestern in dieser Schule in Wien in Quarantäne waren. Wie haben Sie das erlebt? Ja, ich habe es ja nicht erlebt, sondern meine Kinder haben es erlebt. Aber die haben natürlich, wie Ihre Schulkolleginnen und Kollegen auch berichtet, nein, ich glaube, das war im Grunde zweischneidig. Ich glaube, es ist gut umgesetzt worden. Meine Tochter hat erzählt, es war eigentlich sehr angenehm. Die Damen und Herren, die mir da im Hintergrund sind, waren gut gelaunt und standen halt vor der Schule und haben mit den Kindern gelacht und es war völlig okay. Und es war auch in dem Maße, wo man dann sagt, okay, ein Test funktioniert ja jetzt sehr schnell, eigentlich ein gutes Maß. Die zweite Seite muss ich schon sagen, von einer professionellen Sichtweise jetzt ist, es gibt ja die Diskussion, warum wird ein Patient, der mehrere Tage im Krankenhaus liegt, nicht getestet. Und warum wird, weil eine Lehrerin potenziell eine Krankheit hat und in Italien auf Urlaub war, warum wird da sofort eine Quarantäne gesetzt. Und ich glaube, da muss man, und ich glaube, bei der Informationspolitik bin ich mit den Kollegen, jeden Verdachtsfall zu melden, das wird sich nicht mehr ausgehen. Ich glaube, man darf nichts verschweigen. Man muss all das sagen und ich glaube, das tun wir alle auch. Nur eben ein Verdachtsfall zu melden ist nicht alles sagen, sondern ist Unsicherheit schüren. Und in dem Fall muss ich sagen, wie soll das jetzt in den nächsten Tagen laufen? Wollen wir jetzt überall, wo eine Touristin aus Italien kommt und hustet, eine Quarantäne aufrichten? Da werden wir auch nicht einmal mit dem Bundesheer auskommen. Ich glaube, wir müssen jetzt, und das zeigen auch unsere Modelle eben, wir müssen jetzt langsam uns der Realität stellen und das, glaube ich, gehört auch zur Transparenz und Glaubwürdigkeit, langsam wegzugehen und zu sagen, wir werden vielleicht nicht mehr überall wissen, wo der Patient, die Patientin null herkommt. Ich glaube, wir müssen jetzt hier schauen, dass wir sagen, okay, wo müssen wir gezielt hingehen, wo müssen wir zum Beispiel Quarantänen machen, wie können wir Patientinnen und Menschen schützen, die vorgeschwächt sind. Wir alle müssen uns, glaube ich, klar sein und das zeigen unsere Modelle. Es wird sich, glaube ich, nicht verhindern lassen, dass es sich ausbreitet. Es ist aber laut den Zahlen, die wir haben, für 80 Prozent so, dass man dann halt ein bisschen krank ist, idealerweise schnell zu Hause bleibt, sich hinlegt, das sollte man bei der Grippe auch machen. Aber wir werden voraussichtlich viele Menschen werden es gar nicht mehr merken, wenn sie es haben. Was wir aber machen müssen, ist, wir müssen dort schützen, wo alte Menschen sind, in den Orten, wo viele alte Menschen sind. Wir müssen dort schützen, wo Vorerkrankte sind. Also wir müssen jetzt in der Phase, glaube ich, nicht anfangen, Grenzen zu schließen und zu sagen, ja nur ich und ich gehe jetzt einkaufen, sondern wir müssen jetzt umso solidarischer sein. Weil die 25-jährigen Fußballkicker von einem Verein, die müssen sich vor der Krankheit nicht fürchten. Ich bin kein Mediziner, aber ich glaube, das kann man so sagen. Fürchten müssen sich alte Menschen, die eine Lungenvorerkrankung haben. Ja, aber wie soll man die schützen? Die kann man dadurch schützen, dass wir ein Netz so bauen, dass zum Beispiel, wenn jemand krank ist und jemand Alten versorgt, sagt, ich kann da nicht hingehen. Und da müssen wir alle darauf schauen, dass es jemanden gibt, der das übernimmt. Ich glaube, das ist jetzt die große Frage. Und eine Gesellschaft, glaube ich, zeigt sich immer, wie in der Situation, da sollte man eher mehr zusammenrücken als jetzt mehr. Jeder verteidigt seine Kulaschdose aus dem Supermarkt. Das kann es nicht sein. Und da versuchen wir eben auch mit unseren Modellen zu helfen und nicht Panik zu erzeugen mit Absolutzahlen, sondern zu sagen, bitte macht diese Maßnahmen. Bitte schaut, es gibt dort genug Krankenhausbetten. Wenn ich krank bin und meine Versorgungsperson fällt aus, muss es Mechanismen geben. Und das versuchen wir zu unterstützen mit unseren Daten und Modellen. Dann muss diese Person vielleicht wo auch in den Akten ausgehen als betreute Person. Da müssen wir, glaube ich, hinkommen. Ich glaube, die Public-Health-Maßnahmen, die derzeit gesetzt werden, sind auch wirklich wichtig, weil man sieht an der saisonalen Grippe, wie schnell sich etwas ausbreitet, dem man die Chance gibt, sich völlig auszubreiten. Und das wäre beim Coronavirus genauso als noch infektiöser. Und an der saisonalen Grippe versterben 1.500 bis 4.000 pro Jahr. Das heißt, diese Maßnahmen, die gesetzt werden, sind notwendig und sind richtig. Herr Bauer, wir haben eine sehr interessante Anfrage von einem User bekommen. Rashid möchte wissen, warum braucht es eigentlich die Polizei? Da bekommt man doch nur noch mehr Angst, wenn überall plötzlich Polizei auftaucht, wie zum Beispiel die Schule zu schützen oder das Hotel in Innsbruck. Ja, letztlich ist die Polizei da, um Ordnungsaufgaben durchzuführen. Ich denke, dass die Polizei so wie auch das Bundesheer Teile unserer Gesellschaft sind. Das sind ja alles Männer und Frauen, die aus unserer Gesellschaft kommen. Das sind unsere Väter, unsere Mütter, unsere Schwestern, unsere Brüder. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand vor der Polizei fürchten muss, außer er führt etwas Böses im Schilde. Und wenn eine Ordnungsaufgabe durchzuführen ist, sei es jetzt ein Strafmantat zu vergeben oder eine Kreuzung abzusperren, dann ist es normal, dass die Polizei dann eingesetzt wird. Das ist ja eher um dieses Bild, wenn man bewaffnete Menschen in Uniform sieht, dass das einfach Angst schürt. Oder dass man sich denkt, oh, da muss was Schlimmes sein. Das kann man aber auch das Gegenteil bewirken. Nämlich Sicherheit. Naja, also gestern, da hätte ich schon eine Frage an den Herrn Minister Nerma. Zum Beispiel, warum könnten die Polizistinnen und Polizisten nicht in Zivil das machen? Ich meine, es war jetzt völlig okay, weil das war vor der Arbeitgasse in der Schule eine ganz kurze Zeit. Und wie erzählt er sich, die haben es, glaube ich, also ganz nett gehabt. Meine Tochter hat gemeint, eine Nacht wäre eh ganz lustig gewesen. Aber da habe ich mir zum Beispiel gedacht, wäre das nicht denkbar, gerade wenn ich mit Kindern arbeite, muss das in Uniform sein. Also vielleicht können Sie das auch beantworten. Ich bin jetzt nicht der Sprecher des Innenministeriums, sondern des Verteidigungsministeriums. Aber ich weiß natürlich von vielen diesen krisenhaften Entwicklungen, man macht es meistens das Falsche, obwohl es richtig ist. Und wenn man jetzt eine Maßnahme A setzt, dann wird es sofort Menschen geben, die sagen, bei dieser Situation musst du unbedingt die Maßnahme B setzen. Und wenn man die Maßnahme B setzt, dann kommen sofort Menschen, die sagen, bei dieser Situation ist die Maßnahme B falsch. Also gerade in so krisenhaften Entwicklungen und wir leben in einer wahnsinnigen Medienzeit. Jeder ist sozusagen ununterbrochen live und sieht alles und beurteilt alles und bewertet auch alles. Daher ist es logisch, dass Maßnahmen wie gestern oder vorgestern gesetzt wurden, die einen finden, so wie Sie zum Beispiel und ich auch, das gibt Sicherheit und Ordnung und Stabilität. Und andere, so wie der User sagt, dann, das verunsichert mich. Also man wird es nicht jedem recht machen müssen. Entscheidend ist, glaube ich, und das ist bei jeder Situation, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Herr Gatleiner? Ja, also ich glaube, wir sind medizinisch und epidemiologisch, hoffe ich, ganz gut vorbereitet in Österreich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir als Gesellschaft darauf vorbereitet sind, wenn es wirklich zu einem Szenario kommt, wo das Bundesheer Kleinstädte abriegelt. Das ist dann schon ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit. Das kennen wir nicht in Österreich. Und es zeigt sich auch aus anderen Epidemien, dass das für die Bevölkerung durchaus sehr, sehr traumatisch sein kann. Manche bei der SARS-Epidemie, die hatten dann wirklich posttraumatische Störungen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man mit sehr viel Fingerspitzengefühl mit diesen Interventionen umgehen muss. Also vielleicht, wenn ich da ergänzen darf, weil das Bundesheer wieder angesprochen wurde. Also es steht jetzt nicht im Raum, dass das Bundesheer eine Ortschaft abriegelt, sondern... Es bringt auch nichts. Es bringt eben, wie zu Beginn gesagt, wir sind die Ultima Ratio. Wenn wir zum Einsatz kommen, dann ist davor sehr, sehr, sehr viel passiert. Und es gibt derzeit aus meiner Sicht kein Szenario, wo das Bundesheer eine Ortschaft abriegelt. Sondern es ist in der Verfassung, und das finde ich sehr gut, grundsätzlich geregelt, um für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Aber warum bringt das nichts? Ja, ich würde jetzt gerne wegkommen, weil wir vermitteln gerade den Eindruck, dass übermorgen ist das das Problem. Genau so ist es. Es bringt... Also unsere Modelle, ich glaube, ich kann das ein bisschen erklären. Das wirkt ja immer so, wie wenn Österreich so eine amorphe Masse ist und da breitet sich ganz übel dann eine so bösartige Krankheit aus. So ist es ja nicht. Das heißt, man hat das auf der Karte vorhin auch gesehen. Da gibt es Ballungszentren und da passiert was. Und wenn es nach Wien kommt, ist das natürlich ein bisschen blöd. Wir werden aber Wien zum Beispiel nicht abriegeln. Das geht auch nicht. Also bei aller Wertschätzung zur Kompetenz ihrer Truppe. Das scheint aber nach Kapazität. Nein, worum es geht ist, es ist das gleiche Argument, warum auch Grenzsperrungen, und das wurde ja auch auf Minister- und Regierungsebene gesagt, nichts bringen. Weil, man kann sich das so vorstellen, der Virus hat eine Inkubationszeit. Und das ist sozusagen das Blöde an der Sache. Wir sind gut aufgestellt, es wird nichts Schlimmes passieren. Aber diese Inkubationszeit ist, da ist der Mensch ansteckend und ich sehe es nicht. Das heißt, nur weil einer im Zug hustet, dann kann ich den Zug anhalten und den Fall werde ich verhindern. Aber vier sitzen drin, die nicht husten. Das ist die schlechte Nachricht. Das ist so. Also es ist so, wie wenn ich Fußball spiele und kurz gerade nicht hinschaue und einer spielt am Pass. Ja, und dann weiß ich zwar, wo der Ball ist. Ich muss mir aber, und das können wir mit den Daten dann rekonstruieren, was ist da passiert. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen das verstehen. Und wir können in meiner Vorstellung und das, was uns die Modelle zeigen, nicht lokal, werden wir sehr bald nicht mehr absperren können, weil es auch nicht nutzt, weil da die Leute trotzdem schon rausgekommen sind und es sich weiter verbreitet. Kann man das Virus noch eindämmen? Ich glaube, wir haben alle guten Maßnahmen, um die Verbreitung, also die hohe Infektiosität, die vorhanden ist, möglichst stark zu reduzieren, sodass möglichst wenig Menschen betroffen werden. Wir haben in Österreich, das ist nicht meine Expertise, ich bin nicht Mediziner, aber ich weiß es von den Kolleginnen und Kollegen, hinreichend viele Ressourcen auch, Entschuldigung, ohne Bundesheer, mal noch sehr lange auszukommen. Und wir müssen dann schauen, dass eben, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass junge, gesunde Menschen halt an Covid-19 haben. Das wird dann bald einmal, glaube ich, so sein, dass es halt heißt, ja, hast du auch gehabt, wunderbar, jetzt haben wir es beide gehabt, jetzt brauchen wir uns nicht mehr fürchten. Wir müssen wirklich darauf schauen, dass es die Schwachen, die Alten nicht bekommen. Ja, ja. Frau Stickler, es kommen auch immer wieder Fragen auf debate.of.at zum Thema Grippeschutzmasken, weil die Menschen immer noch verunsichert sind. Es wird auch, wir haben zuerst vom Geschäft mit der Angst gesprochen, da werden oft Grippeschutzmasken um 100 Euro angeboten. Für wen zahlt sich eine Grippeschutzmaske aus? Wer braucht eine, wer braucht definitiv keine? Also da muss man unterscheiden. Es gibt ja unterschiedliche Sicherheitsstufen bei den Masken. Wichtig ist, dass die, die wirklich infizierte Patienten betreuen, nämlich das Gesundheitspersonal, dass die vernünftige Masken tragen. Die einfachen Masken mit, so wie es da im Hintergrund ist, wie eine OP-Maske, das bringt nichts. Das ist eher so, als würde ich mir ein Taschentuch vor den Mund halten. Das kann ich machen, wenn ich verkühlt bin, einen Schnupfen habe, möglicherweise den Verdacht habe, Influenza oder das Coronavirus zu haben, um meine Viren nicht in der Gegend zu verbreiten. Für mehr ist das nicht notwendig, also macht keinen Sinn. Okay, das heißt, wenn ich mich vor einer Ansteckung schützen möchte, macht eine Grippemaske, so wie wir sie gesehen haben, null Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Herr Bauer? Entschuldigung, es gibt auch ein falsches Sicherheitsgefühl, das kommt noch dazu. Es ist kein Schutz, aber die Menschen haben das Gefühl, sie haben durch die Maske einen Schutz, der nicht gegeben ist. Soweit ich das verstehe, ist es ja auch in Asien so, dass das getragen wird aus Höflichkeit, um anderen in die Hand zu stecken. Weil wo es ein bisschen hilft, ist das, wenn ich huste, dass keine Tröpfchen eben rausgehen. Das haben Sie aber, glaube ich, eh schon gesagt, das kann ich auch dadurch erreichen, dass ich eben mich so... Ja, in den Ellbogen oder in den Taschen vorhalte. Es ist eher der Schutz, dass wenn ich krank bin, dass ich nicht noch mehr verbrände, glaube ich. Und die, die wirklich gut wirken, erfordern so viel Atemarbeit, dass das ein normaler, ungeübter Mensch nach zwei, drei Stunden wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich aushält. Oh, okay. Dann muss ich auch wissen, wie ich mit der Maske dann umgehe. Also wenn die außen mit Viren oder Bakterien benetzt ist, dann muss ich wissen, wie ich das herunternehme, ohne mich dann zu kontaminieren. Also alle diese Dinge muss man halt auch schulen, ja. Dieser Atemschutz bringt mich zu Ihnen, Herr Bauer. Ich weiß, wir reden nicht darüber, dass gleich das Bundesheer vor der Türe steht. Trotzdem haben Sie die ABC-Abwehrsoldaten erwähnt. Was sind diese Soldaten und was machen die? Also das sind 500 Spezialisten in ganz Österreich, konkret in vier Bundesländern, in einzelnen Kompanien. Also jede Kompanie hat 100 Soldaten und die haben eine relativ breite Bandbreite zur Bekämpfung atomarer, biologischer oder chemischer Bedrohungen. Und in diesem Fall könnten Sie auch bei Corona-Einsatz zum Einsatz kommen. Zum Beispiel, um Personen, also medizinisches Personal zu dekontaminieren, wenn das notwendig ist. Oder es wäre zum Beispiel auch möglich, Infrastruktur zu dekontaminieren. Also zum Beispiel ein Gebäude oder eine Straßenbahn oder einen Zug, wenn das notwendig wäre, aber auch hier wieder als letzte staatliche Reserve. Herr Gatleiner, Thema Impfungen. Es wird ja gesagt, die chinesischen Behörden arbeiten an einer Impfung, die wir gerade an Tieren getestet. Ende April soll sie bereits am Menschen anwendbar sein. Ist das realistisch? Ich kann das schwer beurteilen, wie weit die chinesischen Kollegen sind. Für mich klingt es etwas unrealistisch. Die Schätzungen, die ich gehört habe, ist, dass es ein Jahr dauern wird. Es ist ein anderes Virus als jetzt das saisonale Grippevirus. Das heißt, man beginnt eigentlich weiter von vorne. Also würde mich überraschen. Ich kenne die Aussage eigentlich gar nicht. Warum ist es so schwierig einen Impfstoff? Es gibt ja Menschen, die Corona schon hinter sich haben. Kann man da nicht Abwehrkörper heraus extrahieren und daraus einen Impfstoff machen? Ganz wahrscheinlich banal und naiv gefragt. Ja, also Impfen hat den Sinn, das eigene Immunsystem zu stimulieren. Das heißt, man müsste eine Impfung entwickeln, die auf bestimmte Bestandteile des Virus anspricht und den Körper dann stimuliert. Und das ist meistens ein relativ langer Prozess, der über Tierversuche bis zu Erprobungen am Menschen geht. Also April würde mich überraschen. Frau Stickler, vielleicht können wir noch zwei Begriffe klären, die immer wieder herumschwirren. Epidemie und Pandemie. Ab wann tritt was ein und wo ist der Unterschied? Daher wischen Sie mich jetzt am falschen Fuß, weil ich die genauen Definitionen nicht weiß. Also es geht um die Ausbreitung in der global und regional. Können Sie das beantworten? Ja, also Epidemie ist ein vermehrtes regionales Auftreten einer Erkrankung und Pandemie. Es gibt verschiedene Definitionen, aber dann breitet sich diese Erkrankung über mehrere Kontinente, wäre dann die globale Ausbreitung. Ich glaube, bei so Begriffen geht es auch um noch einen anderen Aspekt ganz zentral, um ja auch wieder die Information möglichst klar zu machen. Es gibt meistens eine Schnupfen-Pandemie. Trotzdem müssen wir uns da nicht fürchten. Und bei uns in den Modellen sehen wir eben, und weil ich so ein bisschen auch vorhin gesagt habe, ich glaube nicht, dass sich jetzt noch eine Ausbreitung verhindern lassen wird. Es wird zu einer natürlichen Ausbreitung, sagen unsere Simulationen kommen. Aber man muss das in Relation setzen mit der Schwere der Krankheit. Also wenn ich auch eine Epidemie habe mit einer wirklich schweren Erkrankheit, so wie Merz zum Beispiel war, da hatten wir eine Letalität von 30 Prozent. Wenn das zu uns gekommen wäre und wirklich dann sich ausgebreitet hätte, dann hätten wir wirklich ein Problem gehabt. Unsere Modelle zeigen uns, ja, es wird sich ausbreiten. Aber es wird eben so sein, wurscht, ob es jetzt eben, wie man es nennt, dass viele es gar nicht merken werden. Kinder bei Kindern zeigen sich, sagen uns die Medizinerinnen, fast gar keine Symptome. Die breiten es aber aus. Also sehr oft ist es so, und das sehen wir eben in den Modellen, je leichter eine Erkrankheit ist, umso mehr breitet es sich aus. Das heißt, ich kann jetzt immer sagen, in unserem Modell ist Bad News, es wird sich ausbreiten. Aber es breitet sich halt auch deshalb aus, weil es eben in 80 Prozent der Fälle milde bis keine Symptome hat. Und nur in den 20 Prozent dann überhaupt einmal ein schwererer Fall wird. Und da müssen wir, glaube ich, auch realistisch sein bei den Ressourcen. Wir versuchen ja immer dabei zu unterstützen, wie nutzt man die Ressourcen. Und die Aussage heute von Michael Binder vom Krankeneinstaltenverbund, wo er gesagt hat, der Krankenhaus ist für Kranke da, die finde ich schon auch ganz richtig. Also wenn wir jetzt anfangen, gesunde Menschen in Isolierstationen zu legen, dann werden wir nicht ein Ressourcenproblem kriegen, weil wir zu wenig haben, sondern weil wir es nicht schlau nutzen. Und das schlaue Nutzen von Ressourcen ist, glaube ich, da wichtig. Zusammenfassend, wie sollen wir Corona jetzt begegnen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der vielleicht noch nicht angesprochen wurde, ist, was sich aber sehr auf die Ausbreitung bezieht, ist, was wir wirklich vermeiden sollten, sind Situationen, wie sie in der Rudolf-Stiftung aufgetreten sind, dass ein infizierter Patient sozusagen zehn Tage undiagnostiziert bleibt. Weil das, was dann passieren kann, ist, dass Krankenhäuser zu sogenannten Superspreadern werden, wenn man davon ausgehen kann, das Personal infiziert sich, erkrankt vielleicht nicht, aber bringt das Ganze nach außen, überträgt es auf andere Kranke. Das ist eine sehr heikle Situation. Sonst, glaube ich, soll man derzeit noch mit Gelassenheit dem Ganzen gegenüberstehen. Frau Stiegler, wie sehen Sie das vielleicht noch ganz kurz aus Ihrer Sicht? Achtsamkeit ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Informationen, also der Weg der Information, der kommt, soll so sein, dass die Menschen das verstehen und die besonderen Zielgruppen auch anzusprechen, nämlich mit den richtigen Informationen und auch die Hohlschuld, dass die Bevölkerung sich versucht zu informieren und diese Tipps einfach auch beherzigt. Herr Bauer. Zuversicht ist, glaube ich, wichtig und im Wissen, dass wir gut vorbereitet sind. Wir sind ein funktionierender Staat. Da hat es ja in den letzten 50, 60, 70 Jahren überhaupt keinen Zweifel daran gegeben. Und warum sollte das jetzt anders sein? Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihr Interesse zu Hause. Alle Informationen, Hinweise und einen Überblick zum Thema Corona bekommen Sie auf orf.at Corona und im Teletext auf Seite 660. Ich hoffe, wir konnten viele Fragen für Sie heute klären. Schönen Abend wünschen wir Ihnen noch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020